Atmen Sie langsam, tief ein und wieder auf. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Park. Es ist schönes Wetter. Sie schließen die Augen und hören den Geräuschen zu. Richten Sie zu Beginn die Aufmerksamkeit auf meine Stimme. Achten Sie genau auf dieses Geräusch. Alle anderen Geräusche sind nicht von Bedeutung. Versuchen Sie, die gesamte Aufmerksamkeit auf den Klang meiner Stimme zu richten. Ignorieren Sie alle anderen Geräusche um Sie herum. Es kann sein, dass Sie sie hören. Aber versuchen Sie, Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf den Klang meiner Stimme zu richten. Konzentrieren Sie sich nur auf den Klang meiner Stimme. Kein anderes Geräusch ist von Bedeutung. Konzentrieren Sie sich nur auf den Klang meiner Stimme. Und jetzt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Bellen des Hundes. Achten Sie genau auf dieses Geräusch. Andere Geräusche sind nicht von Bedeutung. Konzentrieren Sie sich nur auf das Bellen des Hundes. Wenn Ihre Aufmerksamkeit abschweift, dann lenken Sie sie zurück auf das Hundegebellen. Achten Sie nur auf das Hundegebellen. Andere Geräusche sind nicht von Bedeutung. Richten Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit auf die spielenden Kinder. Richten Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf dieses Geräusch. Versuchen Sie, sich nicht ablenken zu lassen. Andere Geräusche sind nicht von Bedeutung. Richten Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die spielenden Kinder. Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf das Zwitschern der Vögel. Lenken Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf dieses Geräusch. Lassen Sie sich nicht ablenken. Achten Sie nur auf dieses eine Geräusch. Andere Geräusche sind nicht von Bedeutung. Konzentrieren Sie sich nur auf das Vogelzwitschern. Und jetzt achten Sie auf die Verkehrsgeräusche. Achten Sie nur auf dieses eine Geräusch. Andere Geräusche sind nicht von Bedeutung. Versuchen Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Verkehrsgeräusche zu lenken. Ignorieren Sie alle anderen Geräusche um sie herum. Sie können sie wahrnehmen, aber schenken Sie den Verkehrsgeräuschen Ihre volle Aufmerksamkeit. Jetzt konzentrieren Sie sich auf das Geräusch der quakenden Frösche. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nur auf dieses eine Geräusch. Richten Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit darauf. Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit nur auf dieses eine Geräusch. Andere Geräusche sind nicht von Bedeutung. Konzentrieren Sie sich auf dieses Geräusch. Und sollten Sie abgelenkt werden, dann kommen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit so schnell wie möglich wieder zu diesem Geräusch zurück. Und jetzt konzentrieren Sie sich auf das Geräusch der Bienen. Wenn Ihre Aufmerksamkeit nachlässt oder von anderen Geräuschen abgelenkt wird, dann kommen Sie wieder zum Summen der Bienen zurück. Andere Geräusche sind nicht von Bedeutung. Achten Sie nur auf dieses eine Geräusch. Ich möchte Sie nun bitten, Ihre Aufmerksamkeit schnell zwischen den verschiedenen Geräuschen, die Sie identifiziert haben, hin und her zu wechseln. Beginnen Sie damit, sich auf das Bellen des Hundes zu konzentrieren. Achten Sie genau auf dieses eine Geräusch. Andere Geräusche sind nicht von Bedeutung. Achten Sie nur auf dieses eine Geräusch. Jetzt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die spielenden Kinder. Achten Sie nur auf dieses eine Geräusch. Und jetzt konzentrieren Sie sich auf das Summen der Bienen. Achten Sie nur auf dieses eine Geräusch. Achten Sie jetzt auf die Verkehrsgeräusche. Konzentrieren Sie sich nur auf dieses eine Geräusch. Versuchen Sie, sich nicht ablenken zu lassen. Konzentrieren Sie sich auf das Zwitschern der Vögel. Jetzt achten Sie auf die Frösche. Achten Sie nun auf das Geräusch von den Bienen. Konzentrieren Sie sich jetzt auf die Verkehrsgeräusche. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf die Kinder. Konzentrieren Sie sich nun auf den Hund. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf die Vögel. Zuletzt möchte ich, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit erweitern. So weit und tief wie möglich. Versuchen Sie, alle Geräusche gleichzeitig wahrzunehmen. Erweitern Sie Ihre Aufmerksamkeit. Versuchen Sie, alle Geräusche, die Sie identifiziert haben, gleichzeitig wahrzunehmen. Zählen Sie in Gedanken die Anzahl der Geräusche, die Sie gleichzeitig hören können. Atmen Sie langsam tief ein und wieder aus. KrassIE Ich liebe es ja Chrisschen Montage Mini Ei Ei Ei